Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, Leute, zunächst mal vielen Dank für 750 Abonnenten, die wir letzte Woche überschritten haben. Super Leistung und danke für das Interesse. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, in den Bemerkungen sind jetzt auch, wenn uns bekannt ist, die Wagenreihungen aufgeführt. Da könnt ihr auch reinschauen, wenn euch das interessiert. Ansonsten haben wir heute wieder auch ein schönes Thema, auch einen schönen Zug, und zwar den EC48 Pestalozzi, der auch zwischen Innsbruck und Zürich gefahren ist, um 88, 89 rum. Und zwar zeigen wir den Zug natürlich mit EC-ÖBB-Wagen, hauptsächlich eigentlich nur ÖBB-Wagen. Und zwar sind hier auch die neuen Wagen drin, die wir uns ja gekauft haben, und zwar von dem Wagenset von Rocco 74043. Diese drei Wagen sind hier in dem Zug mit enthalten. Die können wir auch gleich mit präsentieren. Und vorneweg auch wieder ein Star unserer AE66, und zwar die von Märklin, die 11421 Graubünden. Die hat auch die nötige Zugkraft für die neuen Wagen, die sie gleich ziehen wird. Ja, viel Spaß mit dem Video und Like und Ava nicht vergessen. Ciao. Ciao. Okay. Bis zum nächsten Mal, dass wir die Haube vom Fernsehen. Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank.